Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Da sind wir auch schon wieder auf meinem kleinen, aber feinen, aber doch sehr leidenhaften Literaturkritik-Kanal zum Lesemonat Februar. Ich habe diesen Monat sechs Bücher gelesen und es war mal wieder ein wunderschöner, abwechslungsreicher und bunter literarischer Blumenstrauß. Bevor ich euch an meinem belletristischen Bouquet teilhaben lasse, eine kleine Info für euch. Am 26. März um 10.30 Uhr werde ich beim literarischen Trio bei der lieben Fabienne vom Kanal Japan Connect zu Gast sein. Die liebe Jenny vom Kanal Letters on Life wird ebenfalls mit zu Gast sein und zu dritt bequatschen wir folgende drei Bücher. Einmal sprechen wir über Keigo Higashinos Kleine Wunder um Mitternacht, dann sprechen wir außerdem über Nigen Fankamais Der Gesang der Berge und zuletzt sprechen wir über ein Werk, das fast schon ein Klassiker der koreanischen Literatur geworden ist, nämlich Han Kangs Die Vegetarierin. Also wenn ihr mitlesen wollt, habt ihr noch ein bisschen Zeit, die Werke zu lesen, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr am 26. März um 10.30 Uhr bei der lieben Fabienne von Japan Connect vorbeischaut. Aber dann wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Lesemonat Februar und mit den sechs Werken, die ich gelesen habe und mit meiner sehr leihenhaften, aber doch berechtigten Literaturkritik. Ich hatte Elena Ferrantes, meine geniale Freundin, immer so ein bisschen im Hinterkopf und als ich es dann letztes Jahr in einem öffentlichen Bücherschrank gefunden habe, wusste ich genau, okay, es ist Elena Ferrante Zeit. Frau Ferrante wurde 1943 in der Apel geboren. Elena Ferrante ist das Pseudonym einer italienischen Schriftstellerin. Man weiß gar nicht so viel über Elena Ferrante, aber ich finde es sehr spannend, dass ich bei keiner Buchbesprechung von diesem Buch mitbekommen habe, dass eigentlich kein Mensch weiß, wer Elena Ferrante ist. Elena Ferrante begründet ihre Anonymität mit folgendem. Mensch und Autor stimmen nicht überein. Der Autor steckt ganz und gar im Werk und der Autor sei also für den Leser sehr wohl präsent und kenntlich. Mit Absicht verschwinden wollte sie lediglich als Mensch. Also sie wählt die Anonymität, um den Leser nicht mit ihrer Person als Mensch zu verstören, sondern dass der Leser den Autoren eben nur durch die Werke kennenlernt. Sie schreibt schon seit den 90er Jahren, aber sie ist wahrscheinlich den meisten durch die Neapolitanische Saga bekannt. Und meine geniale Freundin ist der erste Teil der Tetralogie. Wir begleiten hier Elena Greco und Lila Cechullo. Beide wachsen in Neapel auf in der Nachkriegszeit. Und wir werden in die Geschichte geschmissen, indem die inzwischen 66-jährige Elena einen Anrufer hält, nämlich ruft der Sohn von Lila an, denn Lila ist verschwunden. Und dann wirft uns eben Elena Ferrante mit Elena in die Kindheit. Und wir erfahren eben, wie die Kindheit von Elena und Lila gelaufen ist. Die beiden Mädchen haben eine Freundschaft. Das kann man doch schon sagen. Aber irgendwie schwingt da auch immer ein bisschen was anderes mit. Und ich denke, dass vor allem was anderes mitschwingt, weil die beiden so verschieden sind. Und unsere Protagonistin, aus der wir die Geschichte erleben, ist zurückhaltend und möchte eben besonders gut gefallen. Und gut gefällt man eben am besten, wenn man brav ist und lieb ist und nicht über die Stränge schlägt. Und Lila ist eben sehr mutig, sehr nach vorne preschend. Sie holt sich, was sie will. Und sie lässt sich auch sehr ungern von jemandem was sagen. Dementsprechend gerät Lila auch häufiger in Konflikte oder Problemsituationen als unsere Protagonistin. Aber die beiden haben irgendwie doch etwas, was sich Freundschaft nennt. Im Rahmen der Schulbildung der beiden geht es dann sehr schnell um die Frage, was macht man denn mit seinem Leben? Was kann man machen? Was kann man machen, um mit den Reichen mithalten zu können? Was kann man machen, um sozial irgendwas zu sagen zu haben? Und es gibt sehr viele Szenen, sehr viele Begebenheiten, in denen wir die deutliche Irritation in dieser Freundschaft spüren und in denen ich mich einfach ein bisschen zu arg an mich selbst erinnert gefühlt habe. Ich fand es so faszinierend, wie Elena Ferrante die Freundschaftserfahrungen von so vielen Frauen in dieses Buch packen konnte, wie irgendwie klar wurde, dass manchmal Freundschaften zwischen Frauen ein bisschen anders ablaufen, dass es seine guten Seiten hat, aber eben auch seine nicht so guten Seiten hat. Ich fand es zum Beispiel sehr bezeichnend, was für ein Wettrennen um die Periode ausgebrochen ist, was für ein Wettrennen um alles irgendwie ausgebrochen ist, dass man als Mädchen irgendwie sehr stark das Gefühl hat, man müsste die Erste sein, die und man müsste die Erste sein, die. Und dass man als Mädchen irgendwie immer in so einem Konkurrenzkampf mit anderen Mädchen ist, dass es immer darum geht, da die Schönste zu sein, da die Liebste zu sein, da die Mutigste zu sein, dass es irgendwie alles immer ein bisschen Konkurrenzgedanke ist. Ich kann natürlich nicht nachempfinden, ob das, was Elena Ferrante hier beschreibt, auch auf Männerfreundschaften zutrifft und es nicht wirklich geschlechterspezifisch festgelegt werden kann, dass es einfach ein Phänomen von Freundschaften ist, dass irgendwie ein bisschen auch Konkurrenz drinstecken kann. Oder ob das eben was sehr Feminines ist, dass sowas eben in weiblichen Freundschaften drinsteckt. Aber gleichzeitig kann man hier auch nicht wirklich Opfer und Täter festmachen. Ich finde, beide tun ihren Teil dazu, dass es keine gute Freundschaft ist, wird, bleibt. Und beide tun genauso ihren Teil dazu, dass es eben eine gute Freundschaft ist und bleibt. Die Freundschaft der beiden war irgendwie so abwechslungsreich dargestellt, dass ich einfach wirklich den Zweien abkaufen konnte, dass sie wirklich so lange befreundet waren. Natürlich muss man sich fragen, ist es die Freundschaft, die man sich vorstellt? Ist es die Freundschaft, die man will? Ist es die Freundschaft, die man eben Freundschaft dann nennt? Aber im Endeffekt muss man eben mit dem klarkommen, was einem das Leben so gibt. Und dann ist es eben jetzt meine Freundschaft. Es ist eben viel in der Kindheit davon abhängig, mit welchen Menschen man regelmäßig in Kontakt kommt. Und da kann eben nicht jemand, der 20 Kilometer entfernt wohnt, eine Freundin werden, sondern dann wird es eben jemand aus dem Dorf, der zwangsläufig sowieso immer da ist. Deswegen ist es vielleicht als Kind auch nicht so einfach, sich die tollste Freundin zu suchen oder die tollsten Freunde zu suchen, sondern die sind dann eben meist im Umfeld, wo man eh schon ist. Die müssen dann nicht immer unbedingt die Tollsten sein, es sind halt die, die da sind. Aber ich finde, Elena Ferrante hat es sich nicht so einfach gemacht, einfach zu sagen, sie ist böse, die ist gut, der ist böse, die ist gut, sondern jeder war eben einfach sehr menschlich in seinen Handlungen. Und ich muss sagen, ich konnte in vielen Situationen beide nachempfinden. Also ich konnte nachempfinden, wieso Lila so handelt und ich konnte eben nachempfinden, wieso unsere Protagonistin jetzt so handelt. Also ich konnte nicht wirklich jemanden einen Vorwurf machen. Das war einfach so sehr nahbar, wie Elena Ferrante die Situationen beschrieben hat. Wir starten sprachlich sehr unaufgeregt und bodenständig mit Elena Ferrante in dieses Werk. Sie ist eine distanzierte Erzählerin zu Beginn des Buches, aber ich muss auch sagen, dass die emotionale Aufgeladenheit, die emotionale Power hier gegen Ende deutlich zugenommen hat. Also je mehr wir über die Geschichte unserer Protagonistin erfahren, je mehr wir erfahren, was in diesem Stadtteil in Neapel los war, je mehr wir erfahren, wie sich die soziale Ungerechtigkeit damals eben deutlich gemacht hat, desto emotionaler wird unsere Erzählerin und desto emotionaler sind natürlich auch wir Leser, weil wir jetzt denken, hier ist so viel los. Und man merkt eben, dass aus der Anfang sehr bodenständigen und distanzierten Erzählerin ein Mensch geworden ist, dem das wirklich so passiert ist und ein Mensch geworden ist, der das alles so durchlebt hat. Und obwohl wir durchgehend zwei junge Mädchen begleiten, ist es nicht so, dass wir nur mit Mädchenthemen zu tun haben. Hier werden sehr viele Themen angesprochen, aber ich muss auch sagen, dass die alle einen guten Rahmen bekommen haben. Also ich finde, sie ist mit keinem Thema zu weit gelaufen oder so weit gelaufen, dass es nicht mehr zur Geschichte passt, sondern sie hat eben genau das richtige Maß dafür gefunden, noch andere Themen außer die Probleme der Mädchen anzusprechen. Hier steckt auch der Gedanke drin, dass man sich durch Bildung emanzipieren kann, dass man eben durch Bildung ein eigenständiges Leben führen kann und es den Frauen in den Generationen davor eben nicht so möglich ist. Und Elena ist es jetzt eben möglich, das zu machen. Aber wir merken eben auch an anderen Beteiligten, wie es denen ergeht, denen es nicht möglich ist, durch Bildung irgendwie in der sozialen Schicht aufzusteigen oder durch Bildung oder Einkommen irgendwie Ansehen zu erlangen. Mir haben die Themen, die hier mit reingepackt wurden, sehr gut gefallen, weil sie eben auch naheliegend bei der Situation von den zwei Freundinnen waren. Und aber die Probleme wurden auch nicht zu breit getreten. Also die haben natürlich in den Fluss der Geschichte gepasst. Es ist einfach so absurd, wenn man ein Buch liest und irgendwie das Gefühl hat, man liest seine eigene Kindheit in dem Buch, wobei man denkt, das kann ja niemals sein, das ist doch eine italienische Autorin, die kann ja nichts von meiner Kindheit wissen. Aber es ist einfach so erschreckend auf der anderen Seite, aber auf der anderen Seite auch irgendwie beruhigend, dass viele Menschen gleiche Erfahrungen durchmachen. Und dass die Tatsache, dass man das so in der Freundschaft erlebt hat, die Freundschaft nicht immer entwerten muss, dass es einem die Augen öffnet. Aber dass es vielleicht in der Freundschaft auch normal ist, dass sowas passiert. Es war irgendwie eine eigenartige Erfahrung für mich, weil ich glaube zum Beispiel, ich bin schlecht in Freundschaften. Glaube ich einfach. Ich bin einfach, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich so bin. Aber ich brauche auch nicht jeden Tag eine Freundin, versteht ihr? Also ich brauche nicht jeden Tag jemand bei mir. Ich habe Long-Distance-Freundschaften und das ist auch okay so für mich, versteht ihr? Und ich denke aber trotzdem, dass ich nicht gut in Freundschaften bin. Naja, long story short. Ich wollte nur sagen, dass Freundschaft für mich kein einfaches Thema ist. Ich weiß, wie viel ist das ein sehr einfaches Thema. Die haben zehn Freunde und die haben ihr Leben lang zehn Freunde und man weiß, was ein Freund ist und wie man sich in der Freundschaft verhält. Aber für mich war Freundschaft schon immer ein sehr gedankenüberladenes Thema. Vielleicht mache ich mir auch da einfach nur zu viele Gedanken darüber. Aber es war für mich so eins der Dinge, wo ich dachte, wieso funktioniert das bei den anderen immer so gut? Und ich bin so, weiß nicht, anders. Es war schwierig. Ich kann mir auch vorstellen, dass jemand das Werk liest und sich nicht darin wiedererkennt. Aber ich glaube trotzdem, dass sowas irgendwie unterschwellig immer in Freundschaften brodelt, was hier Elena Ferrante in Worte gepackt hat. Man ist ja auch noch Kind, versteht ihr? Deswegen kann man ja auch niemandem wirklich so einen Vorwurf machen. Du warst neidisch auf deine Freundin. Ja, was soll man denn mit sieben Jahren sein? Da kann man doch mal neidisch auf seine Freundin sein, oder? Ich denke, ich werde die Reihe auf jeden Fall zu Ende lesen. Mir hat auf jeden Fall auch dieser authentische Italien-Vibe gefallen. Und dann sind wir noch in einer anderen Zeit in Italien. Also die Zeit war so spürbar durch die Zeilen, dass wir eben in dem vergangenen Italien sind. Dass wir in einem Italien sind, wo gerade die Schuhmacher aussterben, weil die großen Fabriken jetzt am Start sind, wo man sich ein bisschen entscheiden musste, ob man jetzt eben mit dem großen Strom Richtung Kapitalismus fließt oder ob man eben seine Tradition und sein Handwerk beibehält. Und man hat deutlich gespürt, dass in diesem Italien eben andere Regeln gelten. Und man hat deutlich gespürt, dass Dinge dadurch geregelt wurden, dass sich Männer auf die Fresse hauen. Dass das nicht die besonders klügste Art ist, ein Problem zu lösen, das weiß man heutzutage. Aber es waren eben deutlich andere Zeiten. Und ich bin sehr froh, dass mir Elena Ferrante diese anderen Zeiten hier so gezeigt hat. Ich bin für alles, was mir Elena Ferrante hier gegeben hat, sehr dankbar. Eine Sache muss ich sagen und das ist einfach dieses, irgendwas hat gefehlt. Und irgendwas hat mir gefehlt. Mir hat in ihrer Art, die Dinge zu erzählen und in ihrer Art zu erzählen, wie sie das hat fühlen lassen, da hat mir ein bisschen das Verschnörkelte gefehlt. Ich hätte mir ein bisschen mehr Schnörkel gewünscht, ein bisschen tragischere Worte, ein bisschen was, wo ein bisschen mehr das Herz blutet. Zwischendurch hat sie diesen Ton anschlagen können, aber der hat sich dann auch sehr schnell wieder verloren. Also es wurde dann immer wieder ein Schritt zurück und wieder eher distanziert von der Erzählstimme. Aber ich hätte mir eben ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Pathos, ein bisschen mehr Pathos wäre nicht schlecht gewesen. Das wäre es gewesen. Ich werde die Reihe auf jeden Fall zu Ende lesen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ich werde die Reihe auf jeden Fall zu Ende lesen. Ich freue mich sehr darauf, wie diese Freundschaft weitergeht. Ich freue mich sehr, was da noch alles passieren wird, was sich noch alles verschieben oder zurechtrücken wird. Auf jeden Fall hatte ich eine gute Zeit mit Elena Ferrante. Ernst Jüngers in Stahlgewittern Ernst Jüngers in Stahlgewittern ist Ende Dezember bei mir eingezogen und es hat gar nicht so lange gedauert, bis mein Mann und ich es dann endlich lesen wollten. Ernst Jünger wurde 1895 in Heidelberg geboren und ist mit 102 Jahren, also 1998, dann verstorben. Er ist deutscher Schriftsteller, Entomologe, also Insektenforscher und er diente im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Zu Ernst Jüngers politischer Haltung gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Historiker sind sich nicht ganz sicher, was das angeht. Wen dieses Thema ein bisschen mehr interessiert, der kann gerne den sehr langen und detailreichen Wikipedia-Artikel über Ernst Jünger lesen. Auf jeden Fall steht fest, dass es irgendwann mal zu einem Bruch zwischen Ernst Jünger und den Nationalsozialisten kam, weil sich Ernst Jünger explizit gegen die Rassenlehre der Nationalsozialisten aussprach. Und 1939 erschien dann ein Roman von Ernst Jünger in den Marmorklippen. Und in diesem Roman gab es eben sehr deutliche Bezüge zur aktuellen Lage der Politik, weswegen Goebbels eigentlich veranlassen wollte, dass Ernst Jünger in ein Konzentrationslager kommt. Aber es heißt, Hitler hätte in dieser Situation schützend seine Hand über Ernst Jünger gehalten, sodass er nicht ins Konzentrationslager musste. Aber 1942 wurde dann in den Marmorklippen verboten. Ernst Jünger wurde bereits mit 23 Jahren mit der Burle Merit ausgezeichnet. Das ist die höchste militärische preußische Auszeichnung. Und er war bis zu seinem Tod auch der letzte Träger dieser Auszeichnung. Ernst Jünger erhielt im Laufe seines Lebens etliche Auszeichnungen und Ehrungen, unter anderem das große Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband. Und das Land Baden-Württemberg verleiht einen Ernst Jünger-Preis. Das ist der Preis für Insektenforschung, also Entomologie. Ernst Jünger war ja selbst Entomologe und deswegen passt auch dieses Cover sehr gut zu diesem Buch. In Stahlgewittern war auch tatsächlich Ernst Jüngers erstes Werk. Und ich möchte nicht sagen, dass es sich um einen Roman über den Krieg handelt. Es ist vielmehr Ernst Jüngers Kriegstagebuch. Also er beschreibt hier wirklich seine Erfahrungen, die er im Ersten Weltkrieg hatte. Und er beschreibt es vor allem aus einer sehr beschreibenden Position aus. Also wir haben sehr wenig politische Wertung. Wir haben sehr wenig darauf eingehen, wer gerade mit wem im Konflikt stand. Und die Hintergründe des Kriegs werden nicht wirklich erklärt. Der Feind wird schon genannt, aber wird auch sehr neutral benannt. Und all seine Erfahrungen packt er eben in diesen sehr beobachtenden, neutralen Stil. Und dadurch kommt es eben dazu, dass er auch manchmal sehr kalt wirkt, wenn es darum geht, Dinge zu beschreiben, die passiert sind. Heute Morgen beim Frühstück sind wieder drei im Graben gestorben. Und dann habe ich erst mal mein Rührei zu Ende gegessen. Also es wirkt manchmal sehr, sehr unmenschlich. Aber was erwartet man auch bei einem Roman, bei einem Kriegstagebuch? Da kann es ja nicht wirklich menschlich zugehen. Er nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund, was eben die Verluste angeht, was die Verletzungen angeht, was die Schreie seiner Kameraden angehen. Es ist wirklich ein Buch, das durch seine Sachlichkeit und Neutralität unter die Haut geht. Ich wusste, dass das hier kein Zuckerschlecken wird, aber nach diesem Buch habe ich einfach gemerkt, wie ich innerlich die Menschheit ein bisschen hasse. Wie absurd der Gedanke von Krieg ist und wie grausam das ist, dass wir nach so vielen Tausenden, Millionen von Jahren es immer noch nicht hingekriegt haben, einfach in Ruhe nebeneinander leben zu können. Das ist so krank. Aber was man Ernst Jünger halt wirklich auch zugutehalten muss, ist, dass er eine sehr solide, eine sehr metaphorische und manchmal einfach eine wunderschöne Sprache für so eine grausame Sache wie den Krieg gefunden hat. Er hat manchmal so schöne Metaphern und so schöne Vergleiche, dass man manchmal vergisst, wo man sich gerade befindet und irgendwie denkt, dieses manchmal sehr Schöne passt eben nicht zu der Grausamkeit des Krieges. Was mir in dem Buch aber auch sehr klar wurde, ist, was für eine große Rolle der Zufall einnimmt im Krieg, dass 98 Prozent dessen, ob man überlebt oder nicht überlebt, einfach nur eine Zufallssache ist, dass man eben an dem einen Tag an der falschen Stelle stand und am nächsten Tag steht man an der richtigen Stelle. Und es wird in vielen Situationen bei Ernst Jünger klar, dass er einfach nur an der richtigen Stelle stand oder dass es eben glücklicherweise nicht ihn gerade in diesem Moment erwischt hat. Ich muss jetzt sagen, ich bin nicht der allergrößte Kriegstagebuch oder Kriegsroman-Fan. Das ist einfach nicht das, wo ich mich wohlfühle. Ich lese sehr viele Bücher, die irgendwie mit Krieg zu tun haben. Aber ich bin doch nicht der Typ, der explizit nach Kriegsbüchern sucht, wo es eben um die Aufgaben eines Soldaten oder eines Kämpfers geht. Deswegen war das schon eine neue Erfahrung für mich, obwohl ich natürlich aus anderen Büchern auch den Krieg kenne. Aber hier kriegt man dann doch ein bisschen mehr von der militärischen Seite mit. Was ich besonders gespürt habe in diesem Buch, ist, welche Veränderung ein Soldat mitmacht, welche Veränderung Ernst Jünger als Soldat mitgemacht hat. Und wie man eben an den frischen, jungen Soldaten merkt, dass die eben noch anders herangehen als die, die schon drei Jahre an der Front waren. Auch faszinierend fand ich die Beschreibungen der Umgebung, wie sich Dörfer und Städte verändern mit dem Krieg, was der Krieg aus einem Marktplatz macht, was der Krieg aus einem Dorf macht. Hier geht Ernst Jünger in mehreren Aspekten darauf ein, was der Krieg für eine Dorfgemeinschaft bedeutet und welche Rolle er eben bei diesen Veränderungen auch gespielt hat. Man merkt deutlich durch das Buch hindurch, wie sich der Krieg verändert. Wir kommen von diesem starren, nie enden wollenden Stellungskrieg, wo jeder nur in seinem Graben sitzt und wartet, bis der nächste Angriff kommt, kommen wir dann in die sehr chaotischen und sehr hoffnungslosen letzten Tage des Krieges, wo man eben deutlich merkt, dass die Dinge nicht mehr so laufen, wie sie laufen sollten, dass mehr Chaos herrscht als Überlegenheit und dass die Leute eben langsam nervös werden. Und dahingehend gab es eine grandiose Szene hier am Ende des Krieges, die mir einfach so deutlich gemacht hat, wie absurd es auch ist, wenn ein Krieg dann in sich zusammenfällt. Wie man dann als Mensch entscheiden soll, okay, schieße ich jetzt noch oder rauche ich einfach mit dem Feind jetzt eine Zigarette und der Krieg ist vorbei. Also das sind so Zustände, die man sich als Mensch ja normalerweise nicht annähernd vorstellen kann. Aber es sind eben Zustände, an die uns Ernst Jünger hier teilhaben lässt. Und deswegen finde ich es eben wichtig, dass Menschen, die so etwas erlebt haben, andere dann an ihren Erinnerungen teilhaben lassen, weil es eben helfen könnte, jüngeren Generationen dann irgendwas klarzumachen. Ich habe aus diesem Buch sehr viel mitnehmen können. Und ich muss sagen, dass dieser absurde Begriff des Krieges durchs Lesen eben immer mehr Form und Farbe bekommt. Und dass es für mich dann an der Stelle unvorstellbarer ist, dass wir eigentlich immer noch mit so einem Thema zu tun haben und tagtäglich mit solchen Themen zu tun haben. Aber ich denke, das liegt einfach leider in der Natur des Menschen. Was ich auch besonders gut fand, ist, dass man hier durchgehend merkt, dass die Soldaten mit manchen Waffen oder manchen Angriffsmöglichkeiten überfordert waren, dass sie bei manchen Geräuschen oder Explosionen oder der Art, wie sich eine Waffe verhalten hat, gar nicht mehr wussten, um was für eine Waffe es sich handelt. Dass sie im Rahmen des Ersten Weltkrieges eben mit so vielen neuen Dingen, so vielen neuen Arten des Sterbens und Tötens konfrontiert waren, dass sie manchmal eben gar nicht wussten, mit was sie es zu tun haben. Ich finde, hier sind einige besondere Aspekte des Ersten Weltkrieges klar geworden, die mir so eben bisher noch nicht klar waren und die eben den Ersten Weltkrieg und alles, was drumherum passiert ist, eben noch mal in ein anderes Licht rücken, weil man kann sich eben nicht vorstellen, mit was für einer Motivation und was für Paukenschlag und Gesänge diese jungen Soldaten in diesen Krieg ziehen wollten, wie sehr sie in diesen Krieg ziehen wollten. Aber neben den Dingen, die mir so gut an diesem Werk gefallen haben, haben mir natürlich ein paar Dinge auch nicht gefallen. Es kommt natürlich dazu, das ist nun mal im Krieg so, dass sich vieles einfach wiederholt. Dass viele Tage monoton nach dem gleichen Muster ablaufen. Wie gesagt, ich finde es authentisch für den Krieg, weil, ja, wenn man 20 Tage Schützengraben hinter sich hat, erinnert man sich wahrscheinlich noch an zwei dieser Tage explizit, aber ansonsten gleichen sich die Tage dann doch eben sehr stark. Aber im Rahmen dessen ist mir auch klar geworden, dass sich Ernst Jüngers in Stahlgewittern jetzt nicht wie einen Roman bewerten kann, weil das einfach nicht korrekt wäre. Es sind Ernst Jüngers Erfahrungen und die verfolgen jetzt wahrscheinlich nicht besonders den Anspruch, die höchste literarische Kunst zu sein, sondern einfach nur den Anspruch, das wieder zu spiegeln, was Ernst Jünger damals erlebt hat. Und wenn es darum geht, mir zu zeigen, was er damals erlebt hat, hat er wirklich eine sehr gute Arbeit abgelegt. Mir wurden so viele Dinge klar. Ich wusste sehr viele Dinge einfach vorher nicht. und eigentlich zählt es in dem Sinne deswegen für mich zu den Antikriegsbüchern, weil man hier so angewidert von der ganzen Menschheit rausgeht, dass man gar nicht weiß, wieso wir immer noch so dumm sind. Und es spricht einfach für sich, dass man hinterher noch weniger versteht, warum es Krieg gibt. Was man hier auch nicht erwarten darf, ist, dass Ernst Jünger seine Position im Krieg oder sein Handeln im Krieg massiv reflektiert. Und darum geht es ja auch nicht. Es geht nicht darum, dass Ernst Jünger Zeugnis darüber ablegen möchte, was seine Verbrechen im Krieg sind. Aber ich finde es auch okay. Schließlich geht er ja mit den anderen Gegebenheiten und Dingen, die er hätte im Krieg beurteilen können, auch sehr neutral um. Also der Feind ist für ihn neutral ein Feind, so neutral er eben sein kann. Und seine Aufgabe hat er eben auch sehr neutral angesehen. Er ist jetzt eben Soldat und das ist jetzt seine Aufgabe. Und seine Aufgabe war dann eben den Graben verteidigen. Und das hat dann eben aber manchmal beinhaltet, dass dann eben Menschen dabei sterben mussten. Ich finde es aber gut, dass er das Ganze eben eher neutral gehalten hat und dass er dem Leser zumutet, dass er imstande ist, sich selber ein Bild darüber zu machen, wie das einen wohl fühlen lässt, wenn das die Aufgabe ist, die man jetzt eben erfüllen muss. Ein echt heftiges Buch, aber für mich ein sehr wertvolles Buch. Wie gesagt, ich kann es nicht ganz in dem Sinne beurteilen, wie ich jetzt einfach einen Roman oder ein belletristisches Werk beurteilen könnte. Aber ich habe doch sehr viel aus diesem Buch mitgenommen. Es war nicht immer Schönes, das ich hier mitnehmen konnte, aber es hat mir eben sehr viel bewusst gemacht. Ich bin wahrscheinlich eine der wenigen Menschen auf der Welt, die die unendliche Geschichte nicht aus ihrer Kindheit kennen. Also ich wusste, dass es da einen Film zu gibt, aber das Buch habe ich nie kennengelernt und den Film habe ich auch nie gesehen. Deswegen hatte ich da ein bisschen das Gefühl, dass mir was durch die Lappen gegangen ist und dass ich das unbedingt in meinem Erwachsenenalter nachholen muss. Michael Ende wurde 1929 in Garmisch geboren und ist mit 66 Jahren verstorben. Er gehört zu den erfolgreichsten deutschen Jugendbuchautoren. Viele seiner Werke wurden für Film, Fernsehen und Theater adaptiert. Seine Werke wurden über 30 Millionen Mal weltweit verkauft und in über 40 Sprachen übersetzt. Wir begleiten hier Bastian Balthasar Bux, also B, B, B. Und er ist ein Junge, der von seinen Klassenkameraden gehänselt wird. Und aufgrund dessen, dass er sich eben nicht so wohl fühlt auf der Welt und nicht so gesehen wird auf der Welt, flüchtet er sich gern in die Welt der Bücher. Und eines Tages entdeckt er dann in einem Buchhandel ein Buch, das die unendliche Geschichte heißt. Und er wird dann in die Welt der unendlichen Geschichte, nämlich nach Phantasien, reingezogen. In Phantasien lernt er natürlich allerhand fantastische und fabelhafte Wesen kennen, unter anderem den jungen Atreo und den Glücksdrachen Fuchor. Atreo und Fuchor sind auf der Suche nach einem Heilmittel gegen das Nichts. Das Nichts ist eine Macht, die Phantasien auslöschen will. Und die beiden suchen nun eine Lösung, um dem Nichts entgegenzutreten, damit Phantasien nicht zugrunde geht. Und während wir mit Bastian eben die unendliche Geschichte lesen, merken wir, wie langsam die Grenzen zwischen Phantasien und der richtigen Welt irgendwie verschwimmen. Wie Dinge, die Bastian passieren, irgendwie auch im Buch passieren und umgekehrt. Und Bastian wird eben nach und nach in die Welt von Phantasien hineingezogen. Und nach und nach wird eben klar, dass Bastian eine sehr wichtige Rolle in der Geschichte, der unendlichen Geschichte spielt. Und dass man eben auf so vielen Ebenen ein Held sein kann. Und dass man auch ein Held sein kann, wenn man nicht alles perfekt kann. Und natürlich stecken hier sehr viele wertvolle Gedanken drin, welche Macht die Fantasie hat. Und ohne jeden Zweifel hat Michael Ende hier wirklich eine sehr faszinierende Fantasiewelt beschrieben. Phantasien ist so bunt und so lustig und so spannend und doch auch so gefährlich. Ich finde, hier hat sich eben das Maß gehalten zwischen den vielen tollen Dingen, die man entdecken kann, aber eben auch sehr gefährlichen, boshaften Dingen, die man entdecken kann. Ich hatte im Verlauf des Werkes einige Matrix-Momente, also wo man irgendwie das Gefühl hat, man durchschreitet mit dem Buch eine andere Bewusstseinsebene, eine andere Wahrnehmungsebene. Und das Buch hat eben wunderbar mit diesem gespielt. Von dem Konzept der unendlichen Geschichte hat es mich stark an die Weiße Nacht von Beisua erinnert, weil in Weiße Nacht von Beisua haben wir eine Geschichte, die in einem Möbius-Band verläuft. Also man weiß nicht wirklich, wo Anfang und Ende der Geschichte ist. Und den gleichen Gedanken hatte ich ja auch, dass diese Geschichte ja nie wirklich anfängt und nie wirklich aufhört. Natürlich hat ja Michael Ende ein paar Botschaften reingepackt, die man als Erwachsener sehr deutlich wahrnimmt. Ob man das als Kind oder Jugendlicher in dieser Deutlichkeit versteht, weiß ich auch nicht. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass der Grundgedanke, den Michael Ende hier reingesteckt hat, dass der bei Kindern und Jugendlichen deutlich rauskommt. Ich finde, es ist ein sehr mutmachendes Buch und vor allem finde ich es sehr realistisch, dass dem Protagonisten nicht immer nur Gutes passiert. Also sie scheitern auch zwischendurch oder sie hadern mit einer Sache zwischendurch. Und deswegen finde ich es eben gut, dass klar gemacht wird, dass alles gut werden kann, auch wenn man zwischendurch eben eine schwere Zeit hatte. Michael Ende hat natürlich hier auch ein Thema angepackt, das für Leser ein sehr schönes Thema ist, nämlich die abenteuerlichen Welten, die man in Büchern finden kann. Ich finde, es war gleichermaßen eine Liebesbotschaft an Bücher, wie es auch eine Liebesbotschaft an Leser war, weil er eben klargemacht hat, was Leser alles erleben können, in welche tollen Welten ein Leser gelangt und wie sich die Welt der Bücher für den Leser eben immer wieder neu erschließt, welche neuen Welten wir entdecken können, welche neuen Leben wir entdecken können und welche neuen Schicksale wir entdecken können. Ein ganz großer Kritikpunkt war jedoch für mich, dass der zweite Teil des Werkes für mich nicht mit dem ersten Teil des Werkes mithalten kann. Also ich finde, das Problem, um das wir uns im ersten Teil kümmern, die Wesen, die wir kennenlernen, die Herausforderungen, die wir meistern müssen, die haben mir im ersten Teil deutlich mehr Spaß gemacht, als die Probleme, die wir dann im zweiten Teil haben. Aber ich muss doch sagen, dass Michael Ende mich mit seiner unendlichen Geschichte einfach sehr verzaubert hat, dass ich die Abenteuer, die ich in Phantasien hatte, doch sehr genossen habe. Und natürlich, jetzt habe ich ein kleines Stück deutsche Kulturgeschichte für mich erobert. Und jetzt weiß ich auch endlich, woher die uralte Mawler ihren Kanalnamen hat. Noch ein paar Worte zu dieser Ausgabe. In dieser Ausgabe, ich weiß nicht, ob es in jeder Ausgabe so ist, aber in dieser Ausgabe haben wir nochmal farblich markiert, damit man nachvollziehen kann, wann es sich um was handelt. Und wenn wir den Schutzumschlag wegmachen, sieht das Ganze so aus. Ich finde die Ausgabe einfach wunderschön. Leinen gebunden, Freunde. Und mit schönem Vorsatzpapier. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich mit dieser Ausgabe. Es ist nicht nur unfassbar ästhetisch, es macht auch wirklich was her mit dem Leineneinband. Jimin Lee, Marilyn und ich liegt schon ein paar Monate auf meinem Sub. Ich weiß noch, als ich es gekauft hatte, dachte ich, wow, das lese ich bestimmt gleich sofort. War doch nicht so. Jimin Lee wurde 1974 in Seoul geboren. Sie wuchs zu einer Zeit mit vielen politischen Unruhen auf und flüchtete sich schon als Kind sehr gerne in die Welt der Bücher. Sie studierte Film- und Literaturwissenschaften und sie schreibt Romane und Drehbücher. Wir befinden uns im Jahr 1954 und der Kurierkrieg ist gerade so zu Ende gegangen und wir begleiten Alice. Alice ist Dolmetscherin und dementsprechend steht sie eng mit den Alliierten in Kontakt und arbeitet eben für diese und eines Tages wird sie darum gebeten, sich um eine sehr illustre Person zu kümmern, nämlich kommt Marilyn Monroe nach Südkorea, um eben die dort stationierten US-amerikanischen Soldaten zu unterhalten. Und Alice soll Marilyn eben während ihres Besuches begleiten und ihr eben helfen, in Korea klarzukommen. Und Marilyn bleibt dann eben vier Tage in Südkorea und Alice begleitet sie und ich dachte, ja, das wird vielleicht so eher ein lockeres Buch. Vielleicht geht es um eine Frau, die nach dem Krieg eben wieder Hoffnung finden möchte. Vielleicht geht es eben darum, das Leben der Marilyn mit dem Leben von Alice gegenüberzustellen. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich wirklich sämtliche Kriegsjahre und sämtliche Traumata mit Alice durchmache. Also ich habe echt nicht erwartet, dass es so hart sein wird, dass ich wirklich die Zeit vor dem Koreakrieg mitkriege, dass ich komplett alles während des Koreakriegs mitkriege, dass ich mit Alice durchmache, was sie im Krieg durchgemacht hat, dass ich Flucht, Flüchtlingslager, Gewalt, Verfolgung und all die Wirrungen des Koreakrieges mitmache. Das habe ich echt nicht gedacht. Wir erleben diese Kriegsszenen immer in Rückblendungen mit Alice und wir befinden uns aber, wie gesagt, in der Gegenwart und sind gerade eben damit konfrontiert worden, dass Marilyn nach Korea kommt. Was mich auch ein bisschen verwundert hat, ist die Schwere, mit der Jimin Lee das geschrieben hat. Ich nehme die koreanische Literatur auch eher zurückhaltend wahr, was Emotionen und sehr schwere Stunden im Leben der Menschen angeht. Aber Jimin Lee hat eine sehr direkte Art und eine sehr brutale Art und sie nimmt da echt kein Blatt vor den Mund. Und ich finde, sie hat eben klargemacht, wie tragisch der Krieg für Alice verlaufen ist und wie tragisch er eben für so viele in Korea verlaufen ist. Und auch jetzt, wo Alice eben für die Amerikaner arbeitet und eben mit denen zusammenarbeitet und eben dort Dolmetscherin ist, selbst da ist es nicht so, dass sie wirklich irgendwas vom Krieg losgelassen hat. Alles verfolgt sie und alles triggert sie. Sie hat eigentlich eine posttraumatische Belastungsstörung. Aber zwischen dem Ganzen sein Leben wieder aufbauen und die Stadt wieder aufbauen und das Land wieder aufbauen, da blieb eben nicht so viel Platz, um das Ganze, was man eben erlebt hat, auch noch irgendwie gescheit verarbeiten zu können. Marilyn fand ich in ihrer Figur sehr gut. Aber ich finde auch dafür, dass das Buch Marilyn und ich heißt, war hier wenig Marilyn drin. Also es geht wirklich nicht um Marilyn. Wir lernen schon ein bisschen was über Marilyn und kriegen eben mit, dass sie auch nicht so glücklich ist, wie man meint, dass sie sein könnte. Aber sie nimmt jetzt keine Hauptrolle in diesem Werk ein. Es geht wirklich hauptsächlich um das Leben von Alice und was der Krieg eben aus ihrem Leben gemacht hat. Ein bisschen unrealistisch fand ich, wie dicke Alice und Marilyn sehr schnell miteinander waren. Also es kam mir ein bisschen unrealistisch vor, dass die beiden Frauen sich auf einmal plötzlich so gut verstehen. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass das ein bisschen langweilig für den Leser wäre, wenn wir erst 14 Tage mit Marilyn unterwegs wären und die beiden sich dann erst eben gut verstehen, dass sie eben auf die Art und Weise miteinander reden können. Von dem her kann ich da ein bisschen Auge zudrücken. Wo ich auch ein Auge zudrücken kann, ist mit der Liebesgeschichte, die hier mitverarbeitet wurde, weil es im Endeffekt keine richtige Liebesgeschichte war. Also es ist so, dass Alice vor dem Krieg einen Mann kennenlernte und dann lernte sie einen anderen Mann kennen und die ganze Geschichte mit diesen zwei Männern zieht sich eben von vor dem Krieg, über dem Krieg bis eben nach dem Krieg. Und ich kann deswegen ein Auge zudrücken, weil ich glaube, dass es auch im Krieg Menschen gibt, die sich verlieben. Und es ist ja auch unrealistisch, dass die Liebe irgendwie aufhört, nur weil gerade Krieg ist oder dass man sich nicht mehr verliebt, weil gerade Krieg ist. Deswegen konnte ich bei dieser Geschichte ein Auge zudrücken. Es ist jetzt auch nicht das einsteigerfreundlichste Buch, wenn es um Korea geht oder den Korea-Krieg geht. Und wenn man einfach akzeptieren kann, dass man jetzt keine politische Ahnung hat, warum jetzt die Japaner da mit dabei sind oder warum jetzt die USA da mit dabei sind oder was China und Russland damit zu tun hat. Also wenn man die politischen Hintergründe gleich mit erklärt haben möchte, dann ist das das falsche Buch dafür. Wenn man akzeptieren kann, dass damals eben sehr viel Chaos herrschte und man nicht immer wissen muss, wer jetzt für wen ist, dann ist das Buch schon okay. Aber es ist eben ein Buch, das in den Zeitebenen springt. Deswegen kann es sehr verwirrend sein, wenn man eben nicht wusste, was politisch damals los war. Und ich wusste auch vieles nicht, was politisch da damals los war. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es drei Schlachten um Seoul gab. Der Korea-Krieg ist, so wie viele Kriege auf der Welt, einfach sehr gesichtslos. Man kann sich kaum etwas darunter vorstellen, was damals los war und um was es eigentlich ging. Wir haben hier zwar die Kriegsthematik und die Vergangenheit von Alice im Vordergrund, aber wir haben eben auch sehr viele Gedanken darüber, wie ein Mensch weitermachen kann, wenn man sowas erlebt hat. Ich fand es eben auch so heftig, wie Marilyn als zerbrechliches Champagnerglas und als sexualisierte Ikone gegenübergestellt wird von Alice, die im Krieg so viel Traumatisierendes erlebt hat, dass sie vorzeitig erkraut ist. Der Gegenteil und der Gegensatz, der zwischen diesen beiden Frauen herrschte und die Tatsache, dass Marilyn mindestens genauso traurig war wie Alice, obwohl sie nicht mehr annähernd das erlebt hat, was Alice erlebt hat. Das hat das Ganze irgendwie auf so eine Ebene gezogen von Marilyn hat ja eigentlich alles, was man haben wollen könnte und trotzdem geht es ihr irgendwie nicht gut. Ich habe bei diesem Werk nicht die Wucht erwartet, die es im Endeffekt hatte. Ich muss eigentlich meinen Hut ziehen, weil ich dachte, das wäre echt ein harmloses Werk und dann habe ich in diesem Werk doch so viel mitgemacht. Leider gibt es keine weiteren Werke von Jimin Lee, die auf Deutsch übersetzt wurden, aber wenn es eines Tages wieder eins geben wird, dann werde ich es auf jeden Fall lesen. Ihr könnt mich wissen lassen, welches Buch ihr zuletzt komplett unterschätzt habt, welches Buch hat euch komplett umgehauen, von welchem Buch habt ihr nicht annähernd erwartet, dass es euch so umhaut. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Es ist ja fast schon Tradition, dass ich im Februar einen Thomas Bernhard lese und diesen Februar war es wieder soweit. Ich habe mit meinem Mann zusammen der Untergier gelesen und wenn ihr schon ein paar Tage länger dabei seid, wisst ihr, ich liebe Thomas Bernhard. Er hat einen sehr präzisen Schreibstil, aber er hat eben auch die Vorliebe für sehr lange verschachtelte Sätze. Und dann ist es auch noch so, dass wir in seinen Büchern kaum einen Plot verfolgen, sondern wir befinden uns größtenteils im Bewusstseinsstrom eines Protagonisten und wir befassen uns ausschließlich nur mit seinen Gedanken. In der Untergier befassen wir uns mit dem Gedanken, was passiert, wenn wir auf den Menschen treffen, der in einer Disziplin besser ist als wir selbst und was passiert vor allem, wenn man vor dem Treffen mit dem, der besser ist, immer dachte, man selbst sei der Beste. Was macht die Erkenntnis, dass da jetzt jemand ist, der es besser kann? Was macht das mit einem? Was macht das mit dem Ego und was macht das mit dem Leben? Wir haben hier in dem Werk drei aufstrebende Konzertpianisten. Einmal Glenn Gould, den es so wirklich gab. Dann haben wir noch Wertheimer, der aus einem sehr vermögenden österreichischen Hause kommt und dann haben wir noch unseren namenlosen Ich-Erzähler. Die drei treffen 1953 in Salzburg aufeinander, als alle drei beim großen Horowitz einen Kurs besuchen. Und die drei hatten ihr Leben lang nichts anderes im Kopf, als Konzertpianisten zu werden und üben Tag und Nacht zusammen, um eben Konzertpianisten zu werden. Unser Ich-Erzähler und Wertheimer hören dann eines Tages, wie Glenn Gould eine Goldberg-Variation von Bach spielt und ab dem Moment ist beiden klar, dass Glenn Gould einfach der Mastermind der Pianisten ist. Dass es nie jemanden geben wird, der besser als Glenn Gould spielt. Dass er wirklich der ist, der einfach am besten Klavier spielt. Und die beiden werden innerlich von dem Genie Glenn Gould aufgefressen und das Genie zerstört das Talent, die Muse, das Ego und den Lebenswillen der beiden anderen. Obwohl die anderen zwei Pianisten auch sehr begabt sind, wird ihnen klar, dass sie niemals so gut sein werden wie Glenn Gould. Und die Tatsache, dass es immer jemand Besseren gibt, führt eben dazu, dass die beiden sich andere Wege im Leben suchen müssen. Und während unser Erzähler den Frust in den Hintergrund drängen kann und eine Weise findet, weiterzuleben, war Wertheimer ab dem Moment, ab dem ihm klar wurde, dass Glenn Gould eben der Beste war, dem war ab dem Moment einfach nicht mehr zu helfen. Wertheimer wird auch liebevoll der Untergeher genannt, weil es eben für die beiden, also für unseren Erzähler und Glenn Gould immer klar war, dass er einfach der Typ ist, der zwischen all dem irgendwann untergehen wird. Und wir begleiten eben unseren Protagonisten, unseren Ich-Erzähler, der gerade eben von der Beerdigung des Wertheimers kam. Wertheimer hat sich nämlich an einem Baum erhängt. Und unser Erzähler flüchtet sich nun eben in Erinnerungen und Gedanken an diesen Wertheimer. Und für ihn ist von Anfang an klar, dass Wertheimer ab dem Moment, wo er Glenn Gould hat spielen hören, dass er ab dem Moment nicht mehr zu retten war. Dass die Tatsache, dass er Glenn Goulds Klavierspiel gehört hat, dass das der Moment war, in dem Wertheimer schon verloren war. Dass er im Prinzip seinem Freund nie hätte helfen können, dass er die ganze Sache nicht hätte verhindern können und dass sein Schicksal eben schon damals besiegelt war. Wertheimer musste sich umbringen, sagte ich mir. Er hatte keine Zukunft mehr. Er hatte sich zu Ende gelebt, war ausexistiert. Die zwei verzweifelnden Konzertpianisten, die jetzt eben keine Konzertpianisten mehr werden möchten, die kommen beide aus sehr gutem Hause. Und natürlich stellt sich für einen Normaldenkenden jetzt die Frage, ja, dann sucht man halt was anderes. Aber dadurch, dass es den beiden immer ein bisschen zu gut ging im Leben, dass sie sich eben nie einen Job suchen müssten, in dem sie gut genug wären, sondern das Konzertpianistentum eben anstreben konnten, weil sie den Luxus hatten, sich etwas aussuchen zu können, in dem sie eben der Beste sein wollten und nicht wirklich in einem Job einfach nur gut genug sein mussten, dadurch fällt es den beiden eben sehr schwer, eine neue Aufgabe, eine neue Bestimmung im Leben zu finden. Ich finde, Thomas Bernhardt kann wie kein anderer menschliche Gedanken zu Papier bringen. Er verfasst solch menschliche Gedanken, dass ich ihm einfach dankbar bin, dass er immer in allem, was er schreibt, klarstellt, wie hin- und hergerissen der Mensch einfach immer ist, wie es nie das eine für den Menschen geben kann, wie in allem immer ein Hassen und Lieben ist, wie in allem ein Nicht-Brauchen und doch so sehr Wollen ist, wie in allem vielleicht nicht Wollen, aber Brauchen ist. Und das ist eben das, was mich an Thomas Bernhardt eben so fasziniert, wie er auch das Klavier-Virtuosentum als Luxusproblem darstellt, weil man sich es in der bürgerlichen Ebene eben leisten kann, solche Luxusprobleme zu haben, wie das Virtuosentum angestrebt wird, weil man ja sonst keine Probleme hat und sich sonst auch nicht die Finger dreckig machen muss, weil man eben den Luxus hat, diesen Traum anstreben zu können. Eltern wissen ganz genau, dass sie das Unglück, das sie selbst sind, in ihren Kindern fortsetzen. Dem Vater verzeihen wir nicht, dass er uns gemacht, der Mutter nicht, dass sie uns geworfen hat, sagte er. Der Schwester nicht, dass sie fortwährend Zeuge unseres Unglücks ist. Existieren heißt doch nichts anderes als, wir verzweifeln, so er. Stehe ich auf, denke ich mit Abscheu an mich und es graust mich vor allem, das mir bevorsteht. Lege ich mich hin, habe ich keinen anderen Wunsch als zu sterben, nicht mehr aufzuwachen, aber dann wache ich wieder auf und der entsetzliche Vorgang wiederholt sich. Wiederholt sich schließlich 50 Jahre, so er. Wenn wir uns vorstellen, dass wir 50 Jahre lang nichts anderes wünschen als tot zu sein und immer noch leben und es nicht ändern können, weil wir durch und durch inkonsequent sind, so er. Weil wir die Erbärmlichkeit selbst sind, die Niederträchtigkeit selbst. Kein Musiktalent, hat er ausgerufen. Kein Existenztalent. Wir sind so hochmütig, dass wir glauben, Musik studieren sei es, während wir nicht einmal fähig sind zu leben, nicht einmal zu existieren imstande sind. Denn wir existieren ja nicht. Es existiert uns. Kein Existenztalent. Es existiert uns. Das ist das, wieso ich Thomas Bernhard liebe. Bei Thomas Bernhard kommt man einfach in so einen Groove mit dem Ich-Erzähler und mit seinem Bewusstseinsstrom, dass man irgendwie einfach immer weiterkommt. Und Thomas Bernhards Bücher haben ja, ich sage es immer wieder, keinerlei Absätze, Kapitel, gar nichts. Man fängt einmal an zu lesen und weiß gar nicht, wo man aufhören soll. Obwohl ich ja absolut nichts mit dem Leben von Thomas Bernhard gemein habe und mit den Problemen, die seine Protagonisten haben, gemein habe, finde ich mich doch so oft in dem, was Thomas Bernhard schreibt, wieder. Und das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, dass er unfassbar menschlich schreibt. Er schreibt es wirklich so, dass man sich, auch wenn man nicht aus wohlhabendem Hause ist, hier irgendwie wiederfindet. Und es bringt einen natürlich irgendwann zu der Frage, wie man selbst mit jemandem umgeht oder mit der Tatsache umgeht, dass es bei allem immer jemanden geben wird, der besser ist. Ich denke, das ist auch so der Fluch der heutigen Zeit, dass wir bei vielen Hobbys, bei vielen Dingen, die wir in der Freizeit machen oder eben, wenn es darum geht, etwas mit Muse zu machen, dass wir heutzutage dank dem Internet immer jemanden finden werden, der besser ist, der besser malt, schöner schreibt, der besser Klavier spielt, der besser Gitarre spielt, der besser alles Mögliche spielt, der besser Seil hüpft. Das ist das, was ich heutzutage eben sehr oft sehe, dass Menschen ein Hobby nicht betreiben, weil der Anspruch, in irgendwas sofort der Beste zu sein oder der Anspruch, die Aussicht zu haben, irgendwann mal der Beste zu sein, irgendwie heutzutage schon dazugehört und das finde ich wirklich sehr schade. Ich denke auch, dass man oft der Beste sein will, ohne zu bedenken, was es heißt, der Beste zu sein. Wenn ich der beste Profifußballer werden will, heißt es eben auch, dass ich mit 16 am Wochenende nicht in die Discos kann. Das heißt es nun mal, wenn man Profisportler werden will und ich finde mit dem Gedanken hat Thomas Bernhard eben sehr gut gespielt. Man muss dazu sagen, es geht um den Selbstmord eines Menschen, es geht um sehr düstere Gedanken zwischendurch, es geht natürlich darum, dass unser Ich-Erzähler sehr derbe Worte für den Verstorbenen findet, wo man eigentlich denken könnte, er würde gut über den Verstorbenen reden, aber unser Ich-Erzähler ist wirklich skrupellos, was die Tatsache angeht, das sich Wertheimer nun umgebracht hat. Dennoch muss ich sagen, dass mir ein kleines Fünkchen zum ganz großen Highlight gefehlt hat. Ich denke, das war einfach der Begrenztheit der Thematik geschuldet. Also wir haben eben sehr viele Szenen, in denen es sehr viel um Klaviere geht. Wir haben sehr viel über die Musikszene an sich, sehr viel über das Pianistentum, Klaviervirtuosentum und deswegen sind sehr viele Seiten einfach schon mit diesem Thema gefüttert. Nichtsdestotrotz hatte ich wieder eine wunderbare Zeit mit Thomas Bernhardt. Ich genieße ihn einfach immer wieder und immer wieder wird mir klar, warum ich ihn so sehr liebe. Das Eulentor habe ich schon länger auf dem Schirm, habe ich aber zuletzt bei Marina von Marina Liest gesehen. Das ist eine Geschichte, bei der ich gleich gedacht habe, ja, das könnte mich interessieren. Wir begleiten nämlich eine Expedition im Jahre 1911 und die Expedition ging damals nach Spitzbergen und Aufgabe der Expedition war es eben, Spitzbergen zu kartografieren, aber die Dinge laufen nicht so, wie sie eigentlich hätten laufen sollen und vor Abbruch der Expedition entdecken dann ein paar Expeditionsteilnehmer einen mysteriösen Schacht. Dieser mysteriöse Schacht geht einfach senkrecht in die Erde und er ist unfassbar lang und er trotzt allen Gesetzen der Natur und der Physik und dann kommen die Expeditionsteilnehmer wieder zurück, um diesen Schacht zu untersuchen. Wir springen in der Geschichte zwischen zwei Zeitebenen hin und her. Wir befinden uns einmal eben in diesem alten Expeditionspart und einmal befinden wir uns 2021 mit Nele. Die hat erfahren, dass eine weitere Expedition zu diesem Schacht stattfinden soll. Und warum Nele so interessiert ist an dieser Expedition erfahren wir auch im Laufe der Geschichte. Ich fand es sehr gut umgesetzt, dass wir Nele begleiten und dadurch, dass wir mit Nele durch die Gegend streifen und eben immer wieder Aufzeichnungen von der alten Expedition finden, hat die Geschichte einfach eine wunderbar spannende Dynamik bekommen. Wir lesen also live mit Nele mit, was damals passiert ist und Nele muss dann eben aufgrund dessen für sich wieder Rückschlüsse für die Gegenwart ziehen. Im Vorwort erwähnte Andreas Gruber H.P. Lovecraft und das spürt man deutlich. Es hat absolut diesen Berge des Wahnsinns-Vibes, wo der Schrecken und der Horror irgendwie subtil im Hintergrund ist. Wo man schon merkt, irgendwas stimmt hier nicht, aber man kann nicht genau benennen, was nicht stimmt. Dieser Schacht, die Tatsache, dass es einfach nur ein Schacht ist und dass trotzdem irgendwie so viel Böses von diesem Schacht ausgeht. Das war wirklich mal eine andere Geschichte und auch so eine Mystery-Thriller-Geschichte, die mir einfach sehr viel Spaß macht. Als Leser hat man natürlich vielerlei Theorien und Gedanken, warum das mit dem Schacht jetzt so sein könnte und ich finde es eben sehr gut gemacht, dass der Andreas Gruber uns dahingehend mehrere Lösungsmöglichkeiten an die Hand gibt. Wir haben natürlich einmal die Expeditionsteilnehmer, die Wissenschaftler sind und eben versuchen, sehr wissenschaftlich an dieses Mysterium ranzugehen. Die versuchen herauszufinden, was denn dieser Schacht ist, wer diesen Schacht gebaut hat, wie lange dieser Schacht schon da ist und vor allem, wie viele Kilometer dieser Schacht noch in den Boden geht. Also wir haben einmal diesen sehr wissenschaftlichen, rationalen Ansatz und dann haben wir natürlich noch ein bisschen Mystik, die sich damit verbindet. Und dann haben wir eben noch die Erfahrungen der Menschen vor Ort, die eben ihre Gefühle gegenüber dem Schacht oder ihre Gedanken dazu, was der Schacht darstellen soll, auch kundgeben. Und dadurch hat man eben vielerlei Möglichkeiten, sich eine Theorie zurechtzulegen. Und ich fand eben, dass sich die verschiedenen Erklärungsansätze gut ergänzt haben und dass sie einander auch ein bisschen ausgeglichen haben, dass es eben nicht zu Mystery, aber glauben lastig wurde, sondern die Wissenschaft eben das Ganze noch ein bisschen ausgeglichen hat. Natürlich, das Setting spielt ja auch eine sehr große Rolle. Man fühlt sich eben, als wäre man komplett von der Welt vergessen, irgendwo am Ende der Welt und hat eben mit diesem Schacht zu tun. Und dann gibt es eben die vielen Szenen, wo wir in diesem Schacht herunterfahren und der Schacht ist echt eng und diese Enge und die Dunkelheit und die komischen Parameter, die in diesem Schacht herrschen. Das alles hat so seinen eigenen Grusel gehabt. Wir haben einmal die Außenwelt, die so menschenunfreundlich ist und dann haben wir eben noch diesen komischen Schacht, der irgendwie auch menschenunfreundlich ist. Ich muss gleich dazu sagen, auch wenn wir viele Informationen darüber bekommen, wie es mit dem Schacht so gelaufen ist und wie es den Expeditionsteilnehmern ergangen ist. Und all das Wissen, das wir über den Schacht haben, das führt dann aber nicht zu einem großen Ganzen. Also das Rätsel um den Schacht wird nicht ganz gelöst. Das Ende ist doch relativ offen gehalten. Ein paar Dinge sind erklärt, aber eine ganz große, lupenreine Erklärung für all das gibt es eben nicht. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ich finde, ein Mystery-Thriller darf mit so etwas spielen. und bei H.P. Lovecraft sind ja die Dinge auch nicht bis ins kleinste Detail erklärt. Manchmal sind die Dinge eben so, wie sie sind. Aber vielleicht ist das Ende auch so offen gehalten worden, weil man vielleicht einen zweiten Teil plant oder sich eben die Möglichkeit offen halten möchte, eventuell nochmal einen zweiten Teil hinterherzulegen. Den würde ich auf jeden Fall auch noch lesen. Das Buch war für mich alles, was ich von ihm erwartet habe. Es hat mich gut unterhalten. Es war gruselig zwischendurch. Wir haben diesen Expeditions-Flair. Wir haben diesen Arktis-Polarforscher-Überleben-Flair. Natürlich ist es hier kein Fünf-Sterne-Lebens-Highlight für mich, aber ich bin doch auf meine Kosten gekommen, was Spannungsspiel und Kinderschokolade angeht. Wir kommen zur Statistik. Ich habe sechs Werke gelesen. Das waren insgesamt 2066 Seiten. Das waren 74 Seiten pro Tag. Wir haben vier männliche und zwei weibliche Autoren. Und ich habe eine Durchschnitts-Sterne-Bewertung von 4,2 Sterne. Wir kommen zu der Länderzuordnung und hier haben wir wieder so einen Fall, wo ich nicht weiß, wo ich es hinsortieren soll. Wir haben nämlich das Eulentor. Wenn man nach Andreas Gruber geht, ist es ja ein österreichisches Werk. Wenn man jetzt aber das Setting berücksichtigt, ist es ein arktisches Werk. Ich werde es aber trotzdem zu den deutschsprachigen Autoren packen, weil es sich da einfach besser anfühlt. Ansonsten waren wir viermal deutschsprachig unterwegs mit Andreas Gruber und Thomas Bernhardt als Österreicher und Marilyn und ich spielte in Korea. Ich werde auch nicht differenzieren, ob ich von Süd- oder Nordkorea gelesen habe, weil viele Bücher, die ich über Korea lese, spielen einfach in beiden Koreas. Das ist das typische Beispiel dafür. Es spielt sowohl in Nord- als auch in Südkorea. Es spielt eben in einem Korea, das noch vereint war. Und dann habe ich mit Elena Ferrante eine italienische Autorin, die auch in Neapel ihre Geschichte hat spielen lassen, von dem her passt das wunderbar. Zumindest habe ich jetzt schon mal eine Koreanerin gelesen und eine Italienerin. Mit den Deutschen habe ich ja nie das große Problem, die zu lesen. Dann gab es unverhofft doch mehr Neuzugänge, als ich dachte diesen Monat. Aber naja, passiert. Was sollen wir machen? Und zwar habe ich fünf Neuzugänge. Eins davon war ein Geburtstagsgeschenk. Deswegen, ja, alles in Ordnung. Und ich habe insgesamt 87,95 Euro für diese neuen Bücher bezahlt. Ich bin mit einem Sub von 30 in den Monat gestartet und habe es nur geschafft, auf 27 Bücher herauszukommen, weil ich eben ein paar Bücher dazu bekommen habe. Passiert. Ja, ich mache mir da überhaupt keinen Kopf. Ich bin jetzt so gut mit meinem Subabbau vorangekommen. Ich habe 27 Bücher auf dem Sub. Wie cool ist das bitte? Wie cool ist das bitte? Vor eineinhalb Jahren hatte ich 100 Bücher mehr auf meinem Sub von dem her. Ich bin jetzt auch nicht traurig, wenn der Sub nicht übermorgen bei Null ist. Deswegen ist jetzt alles in Ordnung. Der Subabbau macht mir einfach sehr viel Spaß. Und wenn es einem Spaß macht, dann macht es einem Spaß. Dann dürft ihr mich gerne wissen lassen, aus welchen Ländern ihr diesen Monat gelesen habt. Welche Werke konnten euch begeistern? Welche Werke konnten euch nicht begeistern? Ich freue mich immer über einen Kommentar von euch. Dann hoffe ich, ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal. Ciao. Es war mal wieder ein sehr bunter literarischer Strauß, den ich gegessen habe. Dann wünsche ich euch aber viel Spaß mit meinem Lesemonat Februar, mit den sechs Werken, die ich gelesen habe und mit meiner Ich finde es sehr gut, dass er das Ganze sehr sachlich behandelt hat, weil ich denke, man kann sich eben dann selbst ein Bild darüber bilden. Ein Bild darüber bilden? Die drei treffen 15... 1500. Und unser Ich-Erzähler hat nicht sehr wirklich... Als Rational... Wir haben ja auch noch zwei... Wir haben ja auch noch... Ich fand diesen Gedanken sehr... Und ich fand eben, dass sich die verschiedenen Erklärungsansätze gut ergänzt haben. Ich habe echt Hunger. Nee, ich esse jetzt was. Ich kann nicht mehr. Verloren. Also es wurde dann immer wieder einen Schritt zurück. Was habe ich da in meinem Gesicht hängen? Das ist weg, oder? Ja. Tschüss. Tschüss.